Ach, jetzt ist der Drachie auch schon zu uns gekommen. Ja, dann kümmern wir uns doch auch gleich um den hier. Wenn der schon hierher kommen möchte. Gehört ja ebenfalls zu unserem Opfer-Genre. Immer noch seltsame Medizinflaschen. Wo muss ich die eigentlich herbekommen? Oh, Tartus Ring. Bin sich beim Ausrüsten. Ja, wenn ich ihn anziehen kann, ohne dass ich meine Waffe verliere. Bin finde ich das geil, ja. Schaut euch das... Okay, jetzt ist er auch noch... Ah, das ist nicht der Drach, den wir vorhin gezogen haben. Anscheinend nicht. Ja, dann machen wir halt den sonst kaputt. Wenn er sich halt in uns in den Weg stellt. Das sind auch zwei, die wir suchen. Die wir besiegen müssen. Wir nehmen halt ein nach dem anderen, wenn der andere nicht kommt. Tja, mir auch wurscht. Soll mir auch recht sein. Ja, jetzt kommt der natürlich. Ich muss dringend sagen... Okay, ne, mein Drach verschwindet jetzt dann. Ich wollte schon sagen, der bleibt jetzt gestaudert lange hier. Na ja, der hat mich jetzt lange unterstützt. Setzame, salzame, zielflasche. Ah, die gibt's von denen. Okay. Ja, dann gehen wir doch gleich weiter mit dem Kampf. Und fighten hier gegen die zwei gleich gleichzeitig. Wir sind ja... Wir haben ja zu Rakel, das ist eine starke DD-Klasse. Das ist der Mensch, der Klasse. Die Flächendamage hauptsächlich macht. Nehme ich mal an den Gegens in den anderen. Gut, der Magier, den spiel ich ebenfalls einfach auf einer anderen... Ne, nicht anderen. Schon auch in dieser Welt. Aber unter anderem Namen vor allem auch. Und ja. Warum... Möchte er das nicht einsetzen? Verwende dieses Rezept. Los. Du kannst den K2 eine... K2 eine... Ja, der... Zwar keine zweihändige Axt führen. Dennoch. Hab ich schon das Rezept. Falls ich mal eine zweite Klasse machen würde. Ja, die würdet ihr ja nicht sehen. War ja klar. Aber dann könnte ich mir auch Sachen herstellen. Und Level Up. Ihr habt Level 16 erreicht. Wurde auch langsam mal Zeit. Hab ich da eine neue Sensei gefunden? Ne, ich hab mich wohl nur getäuscht. Waren wahrscheinlich nur Knochen oder sonst irgend so ein Ding. Muss ich noch erledigen. Seltsame Medizinflasche. Es ist... Da ist noch einer. Die schnapp ich mir. Dann hab ich dann diese Mission auch erledigt. Dann kann ich, glaub ich, wieder zurück. Ja, das wär dann alles. Wenn er mir das gibt. Auf jeden Fall. Sonst... nicht. Gut, sein Drachemarkt kann nicht unbedingt gerade viel ertragen. Gut. Meine Leute, wir haben schon wieder alle Missionen erledigt. Das heißt, wir können wieder zurück zu unserer Stadt. Und vielleicht kommen wir dann zur nächsten Instanz. Mit einem großen Drachen drin. Hoffe ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, was in der letzten Instanz war. Doch auch ein Drache. Ich hab drum bis jetzt alle Instanzen gespielt. Ich kenne jetzt alle. Von allen drei Stadtstätten, so gesagt. Und ja, ich finde schon, das hier ist einer der coolsten. Gut, ich muss sagen, der Drachniek Schläger oder wie er auch heißt war. Dort, wo ganz links auf der Karte ist auch nicht schlecht. Ah, ich wünsche, ich hätte ein eigener Augen gesehen, wie ihr diese Affen getötet habt. Auf jeden Fall. Danke ich euch. Jetzt kann ich endlich in Frieden schlafen. Ja, okay. Dann. Diese scheiß Spam da die ganze Zeit hier. W-w-w-w-w-w-w-golds.com, ja. Ist gar nicht auffällig, meine Freunde. Absicht der Geißen. Haha. Mit diesen hinterhaltigen Gefühlen haben die Kühlergeißen keinen Ort mehr, wo sie sich verstecken können. Die großartige Patrouille von Arabaron wird euch aufspüren. Und eure kleinen, unbedeutenden Leben auslöschen. Haha. Hey. Seht mich nicht so an. Lässt mich meinen Ärger Luft machen. Und sagt, was ich will. Und sagen, was ich will. Okay. Jetzt haben wir neue Schuhe. Juh. Neue Stiefelchen. Da sind sie. Ja, sie sind schon ein bisschen besser. Aber sie sehen scheißer aus, wenn ihr so macht. Okay. Meine vorherigen waren auch nicht gerade die Butter, die es auf diesem Planeten gibt. Diese Mutationsfertigkeiten haben besser vorsichtig sein sollen. Meine große Arabaron-Patrouille-Einheit ist gekommen, um euch Tränkenstinktiere, die ihr in der Dunkelheit kriegt, zu läutern. Oh. Ich hab nur so getan. Bitte. Seht mich nicht so an. Das sagt immer das Gleiche. Ich weiß gar nicht, wie ich den angucke. Was soll mir das immer sagen? Nun ja. Eure Ausrüstung sieht ziemlich gut aus. Obwohl sie einiges mitmachen musste. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ihr wisst vielleicht schon, dass der Samurzorn das versteckte Aquila-Geißen ist. Ich habe vor einiger Zeit ein paar Männer dort hin entstanden und herausgefunden, dass die Geißen etwas zu beschützen scheinen. Meine Männer haben außerdem Verteidigungsbefehle gefunden. Ich bin mir also sicher, dass es davon noch mehr gibt. Ich will, dass ihr zu Samurzorn geht und mehr Verteidigungsbefehle zurückbringt. Nachdem ihr die Aquila-Wachen getötet habt, ihr werdet dafür ordentlich belohnt werden. Okay. Ja, tolle. Ein standard kleiner Trank. Verarschen. Das kannst du mich. Ähm, muss ich zeigen, dass der mit den gelbenen Dingen. Ah, wenn ich ihn in die Mission gemacht habe, ist der für mich nicht mehr sichtbar. Geile Technik. Einseitig bewundere ich euch. Doch andererseits weiß ich nicht, ob ich jemanden respektieren kann, der für eine Frau mit offensichtlichen psychischen Problemen arbeitet. Da ich ihr mit aber bereits gebracht habe, was ich brauche, sehe ich es mir an. Alle rattenähnlichen Kreaturen, seien es nun Ratten oder Geisten, besitzen beispielsweise Reproduktionsfähigkeiten und verbreiten ausgesprochen oft Krankheiten. Diese beiden Faktoren machen es nahezu unmöglich, sie auszurotten. Und jetzt, Geist, diese Verrückte auch noch Öl ins Wasser. Also, Geist, sorry, diese Verrückte auch noch Öl ins Wasser. Ich bin nicht unbedingt der Beste. Ins Feuer sogar. Mann, sollte man die richtig schließen. Geisten sind doch von Natur aus dumm und ängstlich. So wie ich. Ohne ihren Anführer und Unterstützung gehen sie unter. Unsere beste Strategie besteht also darin, ihren Anführer und die Leute zu töten, die sie unterstützen. Diese Taktik sollte euch eigentlich unbekannt sein. Wenn ihr mir jedoch die Medizinflaschen ansehen, die ihr mir mitgebracht habt, haben sie noch einen Notfallplan, bei dem sie unter den Untoten eine Suche verbreiten wollen. Momentan experimentieren sie wohl noch damit, aber je schneller sie darauf reagieren, desto besser. Das Etikett erwähnt die Himmelsblaue Medizin Nummer 17. Könnt ihr bitte, könnt ihr bitte auch davon etwas mitbringen? Ja, ich habe das letzte Mal, weiß ich gerade, jetzt bei ihm so eine hochnäsige Sprache verwendet. Und jetzt war es halt irgendwie so ein anderer Typ. Ihr seid es halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Gut, da die Schuhe können weg, die Blumen sind auch nutzlos. Das ist nie eine Quest-Item. Das ist ebenfalls nutzlos und nutzlos. Das können wir Lederfetzen brauchen wir zur Herstellung. Diese Items sind ebenfalls nutzlos. Das hier ist ein zweihändiger Stab, der mir sowieso nichts bringt und den Rasen können wir eh auch wegschmeißen. Den Rest brauchen wir noch, vielleicht mal, vielleicht aber auch nicht. Don't let your guard down. Don't let your guard down. Gut, ähm. Ja. Verarschen. Tragen Versuchshobjekt. Vieh, das Tragen Versuchshobjekt. Ähm. Warum ist es da auch wieder eine Mission? Aquila wachen. Aquila wachen. Aquila wachen. Aquila wachen. Delektate. Legen wir jetzt mal weg. Jo. Weiter geht's. Oh, was hat denn der für ein Vieh? Ja, okay. So geil ist er auch nicht. Aber er hat jedenfalls ein fliegendes Vieh. Nicht so wie ich. Und die tolle Garde. Geh mal zu. Alia. Gut. Dafür rennen wir jetzt. Ja, wir werden kein fliegendes Vieh haben. Und ziehen die ganzen Agro auf uns. Ja, das ist jetzt halt so. Wenn man nicht aufpasst, könnt ihr euch schon dran gewöhnen. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Jetzt muss ich ihn in diese Richtung. Geh weg. Sprinten noch ein wenig. Da macht ein stärker Intervall training. Ach, ein kleines Mädchen. Seltsam. Gerade eben habe ich sie noch gesehen. Wo ist sie nur hin? Der verschwundene Ball. Ich habe genau gesehen, wie der Ball dort hineingerollt ist. Aber wo ist er hin? Hey, seid ihr ein Abenteurer? Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich habe mich von der anderen Seite der Brücke hierher geschlichen. Ich weiß, dass es gefährlich ist. Aber ich muss den Ball finden. Oberkater hat es mir gegeben. Ich darf ihn nicht verlieren. Die großen, fetten Aquila-Geißeln schlafen sich immer die Sachen der anderen Leute. Vielleicht haben sie den Ball genommen. Bitte helfen, ihn zurückzuholen. Alter Gummiball. Was bekomme ich dafür? Schema weißer Kristallkugel. Wie bekomme ich jetzt den hin? Ich sag sie Geißeln und könnten ihn genommen haben. Ja, dann greife ich mal an. Vielleicht gibt ihn mir ja einer. Das Zeug. Ja, und scheiß Aquila-Läuerjäger. Lauerjäger. Hast du den Ball? Nö. Sag doch etwas von rein. Ja, jetzt greifst du mich noch an. Au! Ihr schmeißt einfach die Pfeile immer asozial hin. Das wisst ihr, oder? Ich finde das nicht fair von euch, wenn ihr das so macht. Ja, jetzt kommt da noch sonst ein Aquila-Transporter. Ja, dann soll er mich doch mal am... ...lecken. Ich sag jetzt das Wort nicht. Gut, ich habe ja schon andere schlimmere Wörter gesagt. Von dem hier. Sowieso schade. Ich muss jetzt... Ich lese jetzt mal da die Quests. Wo er das eigentlich befindet. Ich habe schon den Ballen. Fette Aquila-Geißeln. Schnappen sich immer größer. Ja. Gut, fette Aquila-Geißeln. Geißel. Welche sind fett? Ja, alle. Alle sind so fett. Aber... Wo muss ich suchen danach? Bum. Bum? Bum kennen wir doch. Oder nicht? Doch. Bum kennen wir. Ja. Da war doch der im Haus. Von ein paar... Ähm... Parts. Glaube ich zumindest. Da ist hinten das Dorf. Bum ist doch auch so eine Geißeln. Aber ein freundlicher. Nicht so ein böser. Ja. Und jetzt machen sie mich kaputt. Bum. Scheiß Bogenschützende. Jetzt mal hin. Komm rein. Oder lass es sein. Tötet Bum nicht, Kupo. Bum hat nichts Falsches getan. Bum versucht nur den anderen Geißeln zu helfen. Kürbisse zu rösten. Ich verspreche, Bum nicht zu töten. Also ihr versprecht Bum nicht zu töten? Wirklich? Ihr seid ein guter Mensch, Kupo. Dann könnt ihr mir helfen. Wenn ja, dann findet Bum den Ball für euch. Kupo. Bum und Bum sind Brüder. Kupo. Wir wollen keine Gräber graben. Also wurden wir hier geschickt. Und Kürbisse für Geißeln zu rösten. Kupo. Aber diese Wollflügel Schleichtragen essen auch gerne Kürbisse und sie haben uns ein paar gestohlen, Kupo. Bum rief. Wenn ihr Fleisch essen wollt, esst Fleisch. Warum denn auch noch Kürbisse? Und dann sind sie ihm hinterher, Kupo. Bum wollte die Kürbisse zurückholen. Aber Bum wurde von diesen Drainen eingefangen, Kupo. Bitte, bitte, helft Bum zu retten. Bitte rettet ihn, rettet ihn, rettet ihn. Ja, okay. Bum. Ah, ja. Der hat einen Gummiball. Ja, ja, ja. Der hat einen. Dann machen wir doch das. Suchen wir ihm seinen Kameraden. Ja, Bum. Bum, 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 Bum. Verdammt. Ich will ja nicht gegen jeden kämpfen, jedes Mal. Ja, jetzt habe ich schon wieder einen gezogen.